Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Verzerr vor der Versammlung anzunehmen bei Erster Arkanistin Talisra in Suramar an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich bin hier in Shal Aran, nehme die Quest gleich mal an und dann darf ich so ein Flüchtling aus Suramar heilen. Da ist einer der die meiste Zeit patrouilliert oder immer patrouilliert und dahinten sind noch ein Haufen andere, die stehen. Also Flüchtling anklicken und Frucht des Arkan dort benutzen. Wenn es nicht neben der Quest ist, habt ihr was im Inventar und damit ist auch die Quest schon erledigt. Abzugeben ist sie bei Erster Arkanistin Talisra in Suramar an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Bin noch immer in Shal Aran. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao!